Musik Ja, das ist eine... Man glaubt es kaum, es ist eine Tomatenmutter. Mit Pastis und Melonen. Einfach Senderzüttel. Musik Hallo, mein Name ist Chris Hink. Ich bin eine geschäftsbekannte Sterneköchin und das war seit 1991. Ich habe heute einen super tollen Tag gemacht. Ich hatte nämlich die ganze Küche voller Foodblogger. Und soll ich euch was verraten? Es war der absolut toll mitgearbeitet. Empathisch, nett und eloquent. Alles was dazu gehört, ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. Und ich bin super. Ich habe mich auf die Karte, das habe ich nicht gemacht. Ich habe keinen schönen Tag. Musik Also, es gefällt mir super gut, die Führung durch das Werk war sehr, sehr interessant. Wir haben viel über Messer gelernt und jetzt die Verkostung der gekochten Sachen ist natürlich auch ein Highlight. Wir haben in der Tangier gekocht mit Fuscus und Kaplam. Hallo, ich bin Wolfgang. Wir befinden uns heute hier in unserem Fleischkompetenzzentrum in Heinzberg, im schönen Heinzberg bei Otto Gourmet. Und ich freue mich hier im Hintergrund die ganzen Foodblogger, die Crème de la Crème begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel Spaß haben und einen tollen Abend genießen. Wir befinden uns heute hier in unserem Fleischkompetenzzentrum. Und dann schneiden wir die Streifen daraus und da auch wieder einfach in die Hand legen. und dann diese Streifen schneiden. Und wenn wir diese Streifen haben, nehmen wir dieses Paket mit Streifen, drehen das und jetzt schneiden wir kleine Würfelchen. Und dann haben wir unser Tag. Und dann haben wir unser Tag. und dann haben wir ein paar Suddenbeweis. Und dann Applicate. Und da sind die Situation zum Angeln! Oh, das weg war doch Wapoll Ref� Cham痛ец. Und jetzt musst du Sauce甚麼 live? Und dann irgendwas mit mir halt einmal verlassen, ich glaube wir dann presente. Wir kann valley arrowtes Venzberg mit dem und danncing, wir geht noch nicht mehr, dass du Tanz oder dass du Peru, kannst duúa tun! Oder wenn du das hin und ihr mit Dir battle dann reparerst,